Die 9. Armee ist im Norden unterbiegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft. Die 12. Armee ist er unterstützt. Die 12. Armee schiebt nach Westen Richtung Elbe. Die 2. Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westen. Mein Fehler, dein Verfehl, ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Bitte mal ein Griff steigen, dass das alles in Ordnung kommt. Richtung Elbe. Die 2. Armee kehrt machen. Dann entlösen. Mein Gericht kann ich zunassen, dass die Soldaten die für Sie verbreiten. Ich bin Feindjäger. Verweiß ein Versager. Ich bin Feindjäger. So weit. Bitte angriffen. Dann soll die Armee kehrt machen. Das war ein Befehl. Das war ein Befehl. Der andere Steiner war ein Befehl. Wer schützt sie, dass sie es wagen. Sie sind ein Befehl. Und das ist ein Befehl. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfreitiger Freude oder Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbreiten. Ich bin Feindjäger. Ich bin Feindjäger verbreiteter Sager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das geschnallt des deutschen Volkes. Sie sind ohne Ehre. Von allem Anfang an bin ich so verbraten und betrogen war. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbreiten. Ich bin Feindjäger. Dann soll die Armee kehrt machen. Das war ein Befehl. Der andere Steiner war. Jahrelang hat das Militärmöle abzog ihn nur behindert. Es hat mich denen nur als mit kicken Widerstand. Ich hätt weggelegt. Es hat der Kump daran getan. Von der anderen, alle hohe Offiziere, die ich dir trat, bin Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab ich allein, allein aus mich gestellt. Ganz Europa erobert. Es wurden viele Fehler gemacht, Schatz, wir unabhängig. Dann entlösten wir die Westfront. Dann schallt ihr Armee, kehrt macht. Von allem, einfach an, bin ich so verbraten und betrogen war. Weg! Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das ist die Kultur, das in Westen Europa verschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk, denke ich. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen. Dann schallt die Armee, kehrt macht. Ich fange deinen Befehl, ich glaube. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen. Dann schallt die Armee, kehrt macht. Ich will finanziell, so weit. Mittelbeingriff, Schatz, noch viele Fehler gemacht, Schatz, wir unabhängig. Dann entlösten wir die Westfront. Dann schallt die Armee. Das war ein Befehl. Der Angriff, steuert war ein Befehl. Dann schallt die Armee. Verräter, von allem Einfall an bin ich so verraten und betragen worden. Es war ein ungeheuer Verrat geübtes Deutsche Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut.